Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Denise und ich zeige euch heute ganz schnell meinen Alltagslook. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Hier seht ihr ein großes kleines Geheimnis von mir. Ich male mir nämlich immer zusätzliche Sommersprossen auf. Hier seht ihr ein großes kleines Geheimnis von mir. Hier seht ihr ein großes kleines Geheimnis von mir. Hier seht ihr ein großes kleines Geheimnis von mir. Hier seht ihr ein großes kleines Geheimnis von mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!